Ich befinde mich im Departement Rhone, nach dem gleichnamigen Zufluss der Rhone benannt. Dieses wunderschöne Departement liegt etwas südlich der Stadt Nyon, zwischen den Alten und der Provence. Topografisch liegt die Rhone häufig zwischen 500 und knapp 2000 Höhenmeter. Die zahlreichen Passstraßen, Kohl genannt, gehen bis auf knapp 1500 Meter. Das Wetter ist mediterran geprägt, sodass die Motorrätsaison grob vom März bis Oktober reicht. Im Winter sind die Kohl teilweise auch der Schneelager entsprechend gesperrt. Die Region Rhone ist ausgesprochen dünn besiedelt. Dies ist aufgrund der Verkehrsdichte für eine Motorradtour äußerst angenehm. Im Gegensatz zu den Alpenländischen Motorradregionen ist dieses Departement alles andere als überfüllt. Die zahlreichen Passstraßen werden bestenfalls mit frisch rasierten Männerbeinen in Form von Radfahrern geteilt. Zahlreiche Passstraßen sind in mühevoller Arbeit dem Fels abgerungen. Wohnmobile oder erst recht Busse haben zur Passage keine Chance, was den weiter Freuden keinen Abbruch tut. Ich bin hier stundenlang gefahren, ohne auch nur eine Ampel gelingen zu haben. Rustikale kleine Dörfer bieten immer wieder auch die Möglichkeit einer Erfrischung. Die erste meiner Etappen führte von Mielmont über den Col de Bataille, den Col de La Chao, sowie den Col de Rosette nach Die. Ich bin hier mit meiner privaten GS 1200 und werde von Jochen Ehlers Enduro Fun Tours auf seiner kleinen Linie von Kawasaki gescoutet. Die Ortskenntnis von Jochen wird mich über die folgenden Etappen zu den schönsten Fotomotiven geleiten. Die Ortskenntnis von Jochen Ehlers Enduro Fun Tours Die Notizen Die Letztes Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020